heute machen wir saure saure ringe ohne zucker und was mich erstaunlich ist die kiwis die kamen von aldi die wurden hier irgendwo in bremen bremen umgeschippt und kommen aus italien bremen ist natürlich gleich um die ecke von italien nämlich an oder sind mit dem schiff gekommen wie auch immer finde ich schon mal erstaunlich dass die erstmal durch deutschland gefahren werden müssen also dann von bremen natürlich bis berlin so als erstes werden die dinger gewaschen weil wir essen ja die schale mit kaltes wasser ist natürlich viel besser dann schneide ich im prinzip hier diese knüppchen überall raus dann nimmst du dir messer schön mit schale hier haben wir ja die waschen dann schneiden wir den schönen schaubchen also weisschen geht ja relativ zuge ist und dann einfach auf die heizung geben und trocknen lassen und hinterher bekommt ihr so eine saure getrockneten kiwis raus hält ewig schmeckt gut ohne zucker die sauren nur ohne zu rennen und dann einfach auf die heizung geben und dann einfach auf die heizung geben